Das kleine Schanzzeug war ein Verschanzungswerkzeug, eine kurze Schaufel, die zur Standardausrüstung der Soldaten gehörte. Es war in einem Gürtelträger verstaut, der anfangs aus Leder, später aber aus einem gepressten Karton, der Pressstoff oder Ersatzleder genannt wurde. Dieser hatte einen Lederhaltegurt, um die Schaufel an ihrem Platz zu sichern. Es wurde verwendet, um Schützenlöcher oder Gräben zu machen, aus denen ein Soldat kämpfen könnte, was sie im Allgemeinen etwas sicherer wäre, als wenn sie im Freien wären. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie im Notfall im Nahkampf eingesetzt werden könnten, obwohl sie normalerweise mit einem Bayonet ausgestattet waren.